Ein herzliches Willkommen bei Ihrer Pflegevermittlung Vivo in Leverkusen. Ihr kompetenter Partner, wenn es um das Thema Vermittlung von polnischen Pflegekräften geht. Da Sie entweder außerhalb unserer Geschäftszeiten anrufen oder wir uns gerade in einem Kundengespräch befinden, erreichen Sie uns momentan leider nicht persönlich. Sie können uns von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr erreichen. Wir freuen uns aber, wenn Sie uns eine kurze Nachricht mit Angabe Ihres Namens sowie Ihrer Telefonnummer hinterlassen und rufen Sie schnellstmöglich zurück. Wir würden uns freuen, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören! Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.